Und über Teststrategien wollen wir jetzt sprechen. Live in unserem Analysestudio kann ich nun den Bundesrettungskommandanten des Roten Kreuzes begrüßen. Schönen guten Abend, Geri Feutig. Guten Abend, Herr Teuer. Herr Feutig, wann haben Sie sich denn das letzte Mal auf Corona testen lassen? Am Mittwoch, weil bei uns wird jede Woche am Mittwoch sozusagen ein PCR-Test gemacht, freiwillig für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Haus. Wenn die Logistik keine Rolle spielen würde, was wäre denn der ideale Zeitraum? Wie oft sollte denn ein Mensch im Gesundheitsbereich idealerweise getestet werden? Ja, ideal ist es für alle Menschen, dass sie etwa zwei bis dreimal in der Woche getestet werden. Wenn man das schaffen könnte, dann würde das bedeuten, dass man die Zahlen der Neuinfektionen wirklich dramatisch senken kann, alleine durch diese Tests. Zwei bis dreimal die Woche. Jetzt hat nicht mehr ein Großteil der österreichischen Bevölkerung diese Massentests überhaupt angenommen, die freiwillig waren, die gratis waren, die in der Bundeshauptstadt sogar mehrere Wochen gedauert haben. Wie wollen Sie denn die Österreicherinnen und Österreicher dazu bringen, sich freiwillig so oft testen zu lassen? Es gibt zwei Strategien im Wesentlichen, diese Pandemie zu bekämpfen. Das eine ist, sich einzusperren, keine Kontakte zu haben oder irgendwo isoliert zu sein. Und das zweite ist, eine Kombination von Maßnahmen zu treffen. Nämlich testen, testen, testen im Jahr 2020, impfen, impfen, impfen im Jahr 2021. Und diese Strategien sollten ineinander fließen und möglichst großflächig, möglichst unmittelbar, möglichst freiwillig und möglichst von jedem oder jeder angewandt werden. Dann werden wir gemeinsam diese Pandemie auch gut in den Griff bekommen. Sie haben noch im Oktober vorgeschlagen, asymptomatische Personen nicht zu testen, wenn sie Kontaktpersonen sind. Das hat damals für viel Aufsehen gesorgt. Jetzt treten Sie für besonders viele Tests ein, Massentests. Was hat sich denn da verändert? Wie passt das denn zusammen? Geändert hat sich die Ressourcenlandschaft in Österreich. Während damals noch Ressourcenknappheit war und wir mit dem Testen nicht nachgekommen sind in Österreich und es deshalb indiziert war, damals Risikopatientinnen und Personen, die Symptome haben, vorwiegend zu testen, ist es jetzt durch die Einführung der Antigen-Tests, durch die Zulassung der Antigen-Tests so, dass man wirklich sehr, sehr viele Menschen testen kann. Und wenn diese Antigen-Tests jetzt noch so weiterentwickelt werden, dass man sie auch selbst anwenden kann, weil man etwa keinen Nasen-Rachen-Abstrich mehr dafür braucht, sondern nur meinen Nasen-Abstrich, dann wird es wirklich auch jedermann, jede Frau in Österreich öfter verwenden können und dadurch selbst wissen, ob sie zum Zeitpunkt des Tests jetzt ansteckend ist für andere oder nicht. Öfter verwenden können vielleicht, aber vielleicht nicht unbedingt öfter verwenden wollen, wenn wir uns eben die Beteiligungsraten bei den Massentests anschauen. Da sind einige Politikerinnen und Politiker besorgt, überlegen jetzt Anreizsysteme, also etwa 50 Euro pro Test wird da kolportiert, dass das so im Gespräch sei bei der Regierung für die neue Massentestwelle. Halten Sie das für sinnvoll, Geld für einen Testabstrich? Zunächst einmal muss man sagen, es sind jetzt etwa 2 Millionen Menschen getestet worden und 4.500 Menschen identifiziert wurden durch diese Tests, die positiv waren und die das rechtzeitig jetzt wissen, sodass sie andere nicht mehr anstecken können. Das ist schon ein Erfolg, wenn man vor allem den 3,5 Millionen Tests gegenüberstellt, die wir seit März gemacht haben bis heute etwa, bei den symptomatischen oder bei den Kontaktpersonen. Also daher ist das schon in Relation auch zu setzen zu dem, was bisher getestet wurde. Aber zweitens, es sollte jeder und ich glaube, die meisten Leute wollen das auch wissen, ob sie für ihre Familien, für ihre Freundinnen, für ihre Bekannten ansteckend sind. Und je einfacher einem das gemacht wird und je unverbindlicher auch sozusagen dieses Testergebnis dann ist, desto eher wird das auch funktionieren, dass das viele Menschen machen wollen. Nun sollen gewisse Berufsgruppen im neuen Jahr zu regelmäßigen Tests verpflichtet werden. Im Gespräch sind da etwa Lehrkräfte oder auch Menschen, die in körpernahen Berufen, wie es so schön heißt, also zum Beispiel Friseurinnen und Friseure, getestet werden. Ist so ein Ende der Freiwilligkeit sinnvoll? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist eine politische Frage, die auch politisch zu beantworten ist. Unser Zugang ist immer der gleiche, nämlich sehr, sehr viele Menschen in diesem Land engagieren sich freiwillig. Im Roten Kreuz, in der Feuerwehr, in vielen anderen Bereichen. Und viele Menschen wollen einen Beitrag leisten, um diese Pandemie zu bekämpfen. Und ich bin sicher, dass das auch weiterhin so ist. Ob man jetzt einzelne Berufsgruppen, die ein besonderes Expositionsrisiko haben und damit relativ leicht viele andere Menschen anstecken können, untersuchen muss. Das ist, wie gesagt, eine politische Frage und auch politisch zu beantworten. Sie haben die Freiwilligkeit betont. Auch da gibt es ja schon im Jahr 2021, dass Sie vorhin zum Jahr der Impfung erkoren haben, Diskussionen, nämlich um eine Impfpflicht. Da hat der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer heute wieder durchklingen lassen, dass er sich sehr wohl eine Impfpflicht vorstellen könnte, die die Regierungsparteien bisher abgelehnt haben. Halten Sie das für sinnvoll, dass man über eine Impfpflicht diskutiert? Ist das etwas, dem Sie näher treten würden? Auch das ist letztlich eine politische Frage und genauso politisch zu beantworten. Letztlich ist es schon so, wenn wir ein Corona-freies Österreich erreichen wollen, dann werden wir 70 Prozent der Menschen, die hier leben, impfen müssen. Weil nur so wird es gewährleistet sein, dass wir diese Pandemie gut unter Kontrolle haben und dieses ewige Hin und Her, Auf- und Zusperren und die Unsicherheit nicht mehr ertragen müssen. Und vor allem, und das muss man sich vergegenwärtigen, es sind bis heute etwa 4.500 Menschen in Österreich gestorben an diesem Coronavirus. Das ist unendlich traurig, nämlich für alle von uns. Weil das sind 4.500 Menschen, die eine Geschichte haben, die Träume haben, die Familie haben, die Freundinnen haben. Und das müssen wir und das muss uns als Gesellschaft das wert sein, dass wir dieses Leid in Zukunft verhindern wollen. Sie haben vorhin gesagt, es gibt jetzt sehr viel mehr Testressourcen durch diese Antigentests. Die sind viel leichter verfügbar. Lehrkräfte werden getestet. Aber bei Rettungssanitätern und Menschen in Gesundheitsberufen gibt es das noch immer nicht. Wie kann es das sein, dass nach so vielen Monaten der Pandemie nicht jeder einzelne Rettungssanitäter des Roten Kreuzes oder des Arbeiter-Samariter-Bundes wöchentlich getestet wird? Ja, das frage mich auch. Ich persönlich bin dafür, dass wir alle, wie gesagt, zwei bis dreimal in der Woche, oder wenn ich freiwilliger einmal in der Woche Dienst habe, dass ich mich bei Dienstantritt wechselseitig mit meinen Kollegen teste. Das können wir ja. Das ist der große Vorteil bei den medizinischen Berufen. Bislang war es so, dass wir nicht genügend Antigentests bekommen haben. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass sich das in den nächsten Tagen und Wochen ändert. Weil ich bin auch bei unseren Menschen, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz sicher, dass sie dieses Testen gerne machen. Weil sie wissen wollen, wie ihr Status ist und wissen wollen, ob sie sich entsprechend isolieren müssen, um andere nicht zu gefährden. Aber wird das jetzt kommen bei den Rettungssanitätern, bei Ihnen im Roten Kreuz? Werden die künftig regelmäßiger getestet? Ja, das hoffe ich sehr. Sobald wir die Ressourcen dafür bekommen, sobald wir die Antigentests von den Ländern, die für den Rettungsdienst zuständig sind, bekommen, oder es andere Möglichkeiten, etwa durch gepulte PCR-Tests gibt, dann werden wir das sicherlich auch durchführen. Herr Foltig, vielen Dank für den Besuch im Studio und noch einen schönen Abend. Gerne. Vielen Dank.